So, die Matz läuft. Wir wollen ihn nicht wecken. Er hat solche Zustände. Normalerweise ist er immer hinter der Kamera. Also, hinten. Aber manchmal. Was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, war ja was ganz anderes. Also, es gibt ja relevante Fragen. Nämlich zum Beispiel die relevante Frage ist, wo sind eigentlich... Nee. Fangen wir noch mal ganz langsam an. Jetzt habe ich mein Studio wieder für mich. Ich komme noch mal rein und dann fangen wir noch mal an. Moment. Ja, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das wäre nämlich die Ausgangsfrage gewesen. Also, so sollte die Sendung eigentlich anfangen. Mit Faust, mit Goethe, mit Faust. Faust, der sich also völlig zerknirscht darüber Gedanken macht. Aus was besteht eigentlich das Innerste? Und was hält es zusammen? Also, die Urfrage. Nicht den Ur-Faust, sondern die Urfrage nach allem, was überhaupt da ist. Und wie kommt es, dass alles so... Das ist natürlich eine Frage, die kein Mensch beantworten kann. Aber man möchte sie ja gerne beantworten. Also, was können wir darüber sagen? Wie legen wir es an? Benjamin, mit was fangen wir an? Wie immer bei solchen Fragen. Mit den Griechen. Ach, die Griechen. Immer. Es ist immer so, die Griechen haben... Wenn jetzt der Stuhl da wäre, würde ich mich hier hinstellen und würde sagen, ja, der Anfang von allem, das sind die Griechen. Die typische Haltung vom Samstagnachmittag, wenn man mit dem Besen an der Straße steht, so diese schöne Haltung. Die Griechen haben damals angefangen, diese Frage zum allerersten Mal einigermaßen so aufzustellen, dass man auch zweieinhalbtausend Jahre danach noch damit was anfangen kann. Die Frage nämlich, aus was besteht die Welt, beziehungsweise welche Kräfte sind denn in der Welt am Walten, so hieß es damals. Also nicht Verwaltung, sondern was waltet in der Welt. Man hatte also so die Vorstellung davon, es gäbe diese Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde und das hat sich ja auch sehr lange durchgehalten, weil es so anschaulich ist. Man sieht ja um uns herum alles Mögliche. Aber die Urfrage, woher denn das nun alles kommt und was zum Beispiel Wasser zusammenhält, beziehungsweise, dass das Wasser hier nicht von der Erde entweicht, noch besser, warum denn die Atmosphäre nicht von der Erde in den Weltraum entweicht, warum überhaupt alles einigermaßen vernünftig bleibt, warum, zunächst dachte man das ja, warum sich die Sonne denn um die Erde herum bewegt, das dachte man ja am Anfang, dachte man ja, es müsste so sein. Alles dreht sich um die Erde, der Mensch war so auf sich bezogen, dass er sich gar nicht vorstellen konnte, dass es irgendwas gibt, was nichts mit ihm direkt zu tun hat. Das wurde ja später dann anders. Später war ja klar, dass die Erde auch nur ein Planet von vielen ist, die sich gemeinsam um die Sonne herum drehen. Dann wurde klar, die Sterne, also so wie unsere Sonne, bewegen sich gemeinsam in der Milchstraße und selbst die Milchstraße ist nur eine von vielen Milchstraßen, die sich zusammen mit anderen Milchstraßen in Richtung eines großen Galaxienhaufens bewegt und so weiter. Also die ganze große kosmische Geschichte wurde dann klar. Auf jeden Fall wurde der Mensch aus dem Mittelpunkt der Welt durch dieses naturwissenschaftliche Weltbild herausgenommen. Was aber noch immer bleibt, ist die Frage, was steckt denn hinter dieser Welt? Gibt es vielleicht gar kein dahinter, hinter der materiellen Welt der Naturwissenschaften? Also was hält denn nun die Welt der Materie zusammen? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das ist wirklich schwierig, weil, ich meine, Kraft, ja, was man gut verstehen kann, ist so eine Kraft wie die hier. Ich drücke auf meinen Finger oder ich drücke hier auf die Tasse und kann sie damit hochheben. Das ist eine Kraft, die ist unmittelbar verständlich. Wenn ich zu fest drücke, na gut, ich werde die Tasse nicht zerquetschen können. Ich bin ja nicht Raimund Harmsdorf, das war ja damals diese Kartoffel. War die eigentlich gekocht oder war die roh? Roh. Die war wirklich roh. Ob sie wirklich roh war. Aber gut, aber das ist eine Kraft, die können wir gut verstehen. Das ist nämlich eine mechanische Kraft, die dadurch entsteht, dass man was zusammendrückt. Aber jetzt nehmen wir mal diese ganz einfache Sache mit der Gravitationskraft. Wir wissen ja, es gibt die Gravitationskraft offenbar. Sie werden festgehalten, ich werde festgehalten. Die Kamera ist unter anderem deshalb auf Bennys Schultern so schwer, weil die Gravitationskraft auf ihn und die Kamera wirkt. Geht es an der Schulter gut? Ja, noch. Noch? Mhm. Kleine Aufforderung, schneller zu sprechen. Gut, ich werde es aber, also die Gravitationskraft, ich will mal hier so, ich werde jetzt mal ein bisschen von oben herabreden. Ja, die Gravitationskraft zum Beispiel von Newton. Newton stellte fest, ist ja auch schon eine Weile her, dass die Kraft zwischen zwei schweren Körpern, also massebehafteten Körpern, die schwächt sich mit dem Quadrat des Abstandes zwischen diesen beiden Körpern ab. Das war seine Idee. Die Gravitationskraft wird angegeben durch eine Gravitationskonstante. Dann gibt es dieses Produkt der beiden Massen, dividiert durch das Quadrat des Abstandes dieser beiden Körper. So. Na und? Was ist denn damit eigentlich jetzt ausgesagt? Nix. Newton musste nämlich annehmen für diese Kraft, dass die Sonne, nehmen wir mal zum Beispiel die Sonne, die Erde anzieht und dass die Erde die Sonne anzieht. Dabei zieht die Erde auch noch den Mond an und die Sonne zieht Erde und Mond an und so weiter und der Mond zieht die Erde an und der Mond. Also alle ziehen sich irgendwie an. Aber wie genau eigentlich? Gibt es zwischen diesen Objekten irgendwelche Gummibänder, sodass die was voneinander spüren? Also gibt es irgendeinen mechanischen Vorgang, der diese Dinge zusammenhält? Offenbar nicht. Newton musste einen unglaublichen Sprung machen, um die Gravitationskraft zu erklären. Er musste nämlich ein Feld angeben. Ja. Also nicht Feld mit Ä, sondern mit E. Feld. Er musste ein Wirkungsfeld angeben, das ist in der Nähe von schweren Körpern. Sonne, Erde, ich habe jetzt keine dritte Hand zur Verfügung, also Mond und so weiter. Dass es zwischen diesen drei Körpern oder allen anderen auch, dass es ein Wirkungsfeld gibt. Etwas, was sich alleine nur durch seine Wirkung bemerkbar macht. Ja. Das ist für uns heutzutage kein Problem mehr. Wenn Sie Ihr Handy anschmeißen zum Beispiel, drücken Sie irgendwelche Tasten drauf, dann wissen Sie, dann geht nämlich da oben von der Antenne irgendwie ein Feld los, wird von irgendeinem Satelliten da oben wahrgenommen und dann wird das irgendwie dann entsprechend Ihrem Telefonpartner dann da verteilt. Wenn das noch tatsächlich mit Materie gehen müsste und Sie wollten zum Beispiel mit jemandem in den Vereinigten Staaten telefonieren. Stellen Sie sich mal vor, Sie stellen sich in Portugal an die Atlantikküste mit dem Holzstock und machen da in den Atlantik so Wellen rein. In der Hoffnung, dass diese Wasserwellen sich dann irgendwie über den Atlantik so ausbreiten, dass jemand zum Beispiel, sagen wir mal in Florida oder so, diese Wellen empfängt und feststellt, Ja, das wollte er mir sagen. Tja, das ist doch Blödsinn. Heutzutage haben wir uns an den Begriff des Feldes, in dem Fall des elektromagnetischen Feldes, schon längst gewöhnt. Aber was es genau ist, tja, es ist eine Wirkung. Also Newton war der Erste, der damit begann zu sagen, was die Welt im Innersten zusammenhält, sind Felder. Felder. Gravitationsfelder. Später kam ja dann der Maxwell, weil der brachte eine elektromagnetische Theorie zusammen, weil man vorher festgestellt hatte, es gibt offenbar Wirkungen, dadurch, dass man Ladungen hat, also elektrische Ladungen, haben um sich herum elektrische Felder. Ladungen, also zwei Ladungen gleicher Sorte, stoßen sich ab. Ladungen, die ungleichnamig sind, also Plus und Plus stößt sich ab, Minus und Minus stößt sich ab, aber Minus und Plus zieht sich an. Also die Wirkungen sind einmal abstoßen oder anziehen. Gut. Das sind elektromagnetische Felder. Es wurde aber, ah ne, ne, stimmt nicht, es waren nur elektrische Felder. Jetzt elektromagnetisch wird das Ganze dann, wenn die Ladungen anfangen, sich zu bewegen. Also bewegte Ladungen, das ist ein elektrischer Strom, bewegte Ladungen erzeugen ein magnetisches Feld. Also wir haben ein Gravitationsfeld, ein elektrisches Feld und ein magnetisches Feld. Aber angefangen haben wir mit dem Kraftbegriff, der hier, ja, Druck auf Fläche. Das ist eine ordentliche Kraftvorstellung. Das können wir verstehen. Und jetzt sind wir bei Feldern. Merken Sie, wie aberwitzig das alles ist. Das ist völlig außerhalb unserer Anschauung. Man kann natürlich, ja, ich weiß, ja, komm. Wenn man einen Magneten zum Beispiel hat, dann kann man doch so schön so Eisenpfeilspäne nehmen und kann die in der Nähe von den Magneten so verteilen. Dann sieht man ja, wie die Feldlinien sind. Man sieht also dann hier, ah, die kommen aus der einen Seite raus, auf der anderen wieder. Ja, die kommen also richtig schön aus den Magneten raus, schließen sich auch in den Magneten. Man kann auch die elektrischen Feldlinien so darstellen. Kann man alles wunderbar machen. Also das heißt, mithilfe der Feldlinien hat man die Möglichkeit, das Feld bildlich darzustellen. Man kann es wirklich sichtbar machen. Aber verdammt nochmal, was ist denn das jetzt? Was ist denn ein Feld? Es ist Wirkung und es gibt offenbar magnetische Feldlinien, es gibt elektrische Feldlinien. Aber was ist es denn jetzt? Die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, ist schon bei den beiden Kräften, die man als allererste in der Physik kennenlernte, nämlich Gravitation und Elektromagnetismus, überhaupt nicht wirklich zu beantworten. Wir arbeiten mit Begriffen, nämlich mit dem Begriff Feld, weil das uns gut gefällt. Also, weil es uns möglich macht, mit Hilfe von mathematischen Formeln da tatsächlich tätig zu werden. Wir können das ausrechnen, was die Welt im Innersten, aber wir haben noch keine Ahnung davon. Die Vorstellung, Dinge würden sich einfach so ausbreiten ohne Materie. Und deswegen habe ich Ihnen das ja vorhin erzählt, mit dem Wasser, mit den Wasserwellen. Bei den Wasserwellen sehen wir ja ganz genau, naja, da bewegt sich Wasser. Bei den Schallwellen bewegt sich Luft. Aber was bewegt sich bei elektromagnetischen Wellen? Oder noch besser, was bewegt sich bei Gravitation? Dann wird es ja ganz gefährlich. Bei elektromagnetischen Wellen, das sind elektrische und magnetische Felder des Vakuumes. Vakuum. Ich habe es im Kopf, aber ich komme nicht drauf. Was ist Vakuum? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, bei der Gravitation müssten Sie jetzt eigentlich zur Bibliothek gehen, müssen gucken, was schwingt denn da? Ja, sagt die allgemeine Relativitätstheorie, das sei die Raumzeit. Ja, Herrgott, da wird doch das eine nur durch das andere ersetzt. Merken Sie, wie Naturwissenschaften funktionieren. Wir verwenden Begriffe, übersetzen sie in Mathematik und stellen dann fest, ob die verwendeten Begriffe in mathematischer Form uns Vorhersagen liefern, mit denen wir dann überprüfen können, ob da vielleicht was dran sein könnte. Aber wir wissen nicht ganz genau, wovon wir eigentlich sprechen. Gut, wie gesagt, bei den Feldern, elektromagnetische Felder, da hat man die Feldlinien, aber bei der Gravitation zum Beispiel, die ist immer noch nicht klar. Und es wird noch schlimmer. Wenn wir also jetzt mal richtig tief in die Materie einsteigen, Atomkerne und so weiter, dann stellt man zum Beispiel fest, Gravitation spielt da gar keine Rolle. Also dass die Atomkerne zusammenhalten, das ist doch völlig wurscht. Also die Gravitation ist so schwach da, die können wir weglassen. Aber, ich habe Ihnen doch eben erzählt, haben Sie schon wieder vergessen oder verdrängt, dass gleichnamige Ladungen sich eigentlich abstoßen. Jetzt gibt es aber Atomkerne, die bestehen aus mindestens zwei positiven Ladungen. Zum Beispiel, also Wasserstoff hat ja nur eine positive Ladung im Kern, aber im Helium zum Beispiel hat man schon zwei, Lithium drei und so weiter. Wie kommt denn das? Atomkerne sind wahnsinnig klein. Wie kommt es denn dann dazu, dass diese Atomkerne überhaupt zusammenhalten? Also was die Welt im Innersten, Vorsicht, nicht einen Stuhl. Was die Welt im Innersten zusammenhält, ist ja die Frage dann, welche Kraft hält denn die Atomkerne zusammen? Das ist ja die Kernkraft, ist ja die, die wir freisetzen bei Atombomben und bei Kernkraftwerken. Was ist denn das für eine Kraft, die da ist? Also, tja, das weiß ich auch nicht. Was hält den Stuhl hier zusammen? Also es muss auf jeden Fall eine Kraft im Atomkern sein, die es möglich macht, dass dieser Stuhl hier zum Beispiel durch Moleküle so aufgebaut ist, dass es sich nicht ständig verändert, dass der Kameramann sich nicht verändert, dass ich mich nicht verändere, dass alle Leute, die hier im Studio arbeiten, sich nicht pausenlos verändern. Die Materie muss stabil bleiben. Und zu dieser Stabilität gehört vor allen Dingen auch die Stabilität der Atomkerne. Die dürfen nicht spontan, schlagartig auseinanderreißen. Es muss also bei diesen winzig kleinen Atomkernen eine Kraft geben, die stärker ist als die elektromagnetische Kraft, von der wir ja schon wissen, dass sie existiert. Sonst würden die Kerne auseinanderreißen. Und die muss ziemlich stark sein, weil die Atomkerne sind so klein, dass die elektromagnetische Abstoßung von zwei gleichnamigen Ladungen dramatisch ist. Das wird auseinanderfliegen, total. Also die Kernkraft, die starke Wechselwirkung, wäre eine solche weitere Kraft für die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aber, haha, jetzt kommt es nämlich. Während wir bei der Gravitation und dem Elektromagnetismus eine gute Vorstellung davon haben, dass wir große Felder haben, denken Sie, Magneten, wunderschöne Feldlinien, Gravitation, ja, da dreht sich ein Planet in so einem Schwerkrafttopf und so weiter, haben wir für die Kernkraft eigentlich überhaupt keine so richtige Vorstellung. Denn da ist es so, die Kernkraft wirkt ja nur im Atomkern und außerhalb nicht. Verstehen Sie? Außerhalb des Atomkerns ist die ja überhaupt nicht relevant. Ja, wie kommt die denn zustande? Also Fragen über Fragen. Die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie der Goethe seinem Faust so wunderbar in den Mund gelegt hat, ist nach wie vor die Frage schlechthin. Das ist das, worauf wir hinaus wollen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, das ist mir eigentlich völlig egal, meine Güte, mich interessiert eigentlich viel mehr, wo gehen die ganzen Teelöffel hin, die ich gekauft habe. Vor drei Monaten habe ich Teelöffel gekauft, jetzt sind nur noch zwei übrig, wo sind die alle hin? Sind die im Erdboden verschwunden oder hat sich jemand mitgenommen? Im Grunde genommen ist das hier so eine typische Situation. Für die meisten Leute ist eins und eins gleich zwei. Nur Narren und Philosophen machen sich darüber Gedanken. Für die meisten Leute ist das hier so eine typische Situation.